Hallo das ist Naruto1986 Herzlich Willkommen zu One Piece Part Warrior 4 zu Part 17 Jetzt gehts weiter Weg Ich werde eigentlich bestimmt nichts abschieben oder? Alter Jetzt bin ich wieder dran So Jetzt reicht Kai So Jetzt reicht Kai So Richtig, richtig, richtig zieh Hab dich So Naja Jetzt kommt der wieder Ich werde nicht Zwei 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 Hier sind die vierte ... Das ist der Schanker Schanker! Ich habe diesen Krieg geöffnet. Magie! Sie sind Luffy. Ein Mugiwara? Ich habe einen Schlauch für die Schlauch. Das ist wirklich? Ich werde den Schlauch! Wenn du noch keine Ahnung hast, dann komm! Wir sind jetzt hier! Was ist das, Tich? Nein, das ist ein kleines Hinge. Hahahaha! Hör mal. Es ist noch ein Zeitpunkt. Ja, ja. Zane, ich werde mir die Gesichter stellen. Die Krieg ist... ...wann. Ja, endlich geschafft, die Rollen. NANTO! Trophäe, Trophäe erhalten. Die Zeit der Fixerin in den Arschloch rein. Ach, sorry, Entschuldigung. War jetzt nicht wegen vergessen, was ich gesagt habe. Endlich weiter, Akaino. Endlich geschafft, Baby. Nachdem die Krieg der Marinford-Vertrag der Schenke des Marinford-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags. Das hat sie dann gerade geschafft. Ah, endlich in der neuen Welt. Was ist der Krieg der Krieg? Ich bin der Krieg. Ich bin der Krieg. Ich kann nur noch nichts守meren. Die Schenke des Schenkees-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags-Vertrags. Ich bin der Krieg. Ich bin ein Problem. 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 Sie haben einen Problem. Lädi, die Erinnerung zu helfen, sie sind in den Schabondi-Bien. Sie haben eine andere Bewegung. Sie sind noch ein Problem. Hast du das Lädi-Bien? Sie sind noch in den Regen-Bien-Bien-Bien-Bien? Was ist das? Was ist das Problem? Oh, genau. Ich verstehe! Entsteh! Ich verstehe! Genau... Luffy! Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe! Ich weiß nicht, Luffy! Ich verstehe! Aha! Ich verstehe! Wir haben die in drei Wochen gefeiert, sondern in zwei Jahren! Wir werden uns wieder aufbauen! Und wir werden immer wieder... Was? Ich bin in zwei Jahren. den Eintritt in die neue Welt er und damit haben wir jetzt endlich Raffi in vierten sind zwei Jahre Raffi wahrscheinlich dann wollen wir loslegen er hat natürlich damals schon darf ich jetzt zweit in zwei Jahre Raffi wieder vereint die Strohhut Piraten Let's go ich bin gespannt was ich für einen Gummatacken drauf habe hoffentlich super coole Techniken so wie kurz hier im Magnum und alles okay cool äh 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 ä ä ä äh äh ä 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 Ich habe mich in der Zeit geleistet. Luffy? Luffy? Oh! Jetzt gehen wir! Nimm. Nimm. Nimm! Nimm. 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 geht es ja endlich den neuen raffi endlich ja karte auswahl ist ich mache ich natürlich nicht ich mache mit raffi so johannes und so kann man ja sektor sehr war auch kippen kaste das kai unbogen sie sind noch mehr schock auf die schwelle arata die akai in der gänse in die schule soren die sarki das Der Tiger und Rekister aquest ist die Jury, der Cornel und der Schuss mit den Jury und der Bruch darf nicht absch됐. Auch was er ist beim Schuss von Tren которnach nur ein Frieden. Du kannst den Jury aus den Schuss auf den Jury gehen hat. Ich habe die Anflug mehr als Schuss in der Jury, von Luffy und der Jury auf den Jury auf. Die Jury sind ein B highways und die Jury auf der fuckinahrt. Er hat bereits eine neue Welt aufgetragen. In der Zeit, der Mugwala-Megin war die Mugwala-Megin ist, er hat sich in den Medien zu beurteilen, er hat sich in den Tügel geholfen. Er hat sich in den Tügel geholfen, auch in den Tügel-Megin. Er hat sich in den Tügel-Megin. Er hat sich in den Tügel-Megin. Er hat sich in den Tügel-Megin. Das war's für mich, dass ich mich umgekehrt habe. Untertitelung des ZDF, 2020 Windrad, Giganten, Bazooka Windrad, Giganten, ZDF, 2020 Windrad, Giganten, ZDF, 2020 Windrad, Giganten, ZDF, 2020 So, dann machen wir das jetzt, dann noch ein bisschen was am Verteidigungslevel noch. Genial. Perfekt nahm hier schon noch ein bisschen was. Ja, das sind die ganzen neuen Gebumm-Techniken. Aber schade, dass man das jetzt nicht austauschen kann gerade, aber egal. Da waren wir noch Fähigkeiten. Ah, dafür habe ich noch hier ganz neue Fähigkeiten. Jawohl. So. Verfolgung. So. 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 Ja, endlich! Endlich, Ruffy im... Zwei Jahre Modus. Äh, Charakter eigentlich, meine nicht Modus, sorry. Oh ja, ich kann mich nicht reinigen, meine Damen und Herren. Das war schon nett, Leute. Oh, Alter, wie ich wirklich gepfet habe, wirklich gefetzt habe ich mich. Alles klar, meine Freunde. Na, komm mal her. Ah, Robin. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter, was geht's. Ach, Robin. Oh, ich bin es da hinten. Ah, Robin. Alles klar. Los geht's, Ruffy. Yeah. Jaaa! Neue Power! Boah, ich finde es klasse mit Ruffy zu spielen. Wir haben das jetzt mit neuer Kraft. Und das jetzt mit zwei Jahren. Nach zwei Jahren endlich. Endlich, das ist super cool. Nach zwei Jahren. Weck mit euch! Weck mit euch! Weck mit euch! Wir hätten alles hochleveln bei allen Charakteren, natürlich! Ich stehe doch schon für eine Festwitz, alles hochleveln bei den Leuten. Ich stehe doch mit euch! Okay. Oh, ihr bräuchte die Kompetenz raus. Endlich. Ja, du bist doch! Wir sind doch nicht so! Wir sind doch nicht so! Hame! Wir sind von dir! Du bist bestand, oder? Oh ja, Kai-kun hat ihn verletzt. Wir werden uns nach den anderen befassen. Genau! Ich bin für dich! Oh, oh, oh! Er hat einen Wert gedrückt. Alles gut. WDR 2 Aber die Leute wissen, dass sie sich immer wieder auf diese Strecke beendet werden. Der Mann ist der Mann, der Mann. Der Mann ist der Mann! Ah ja, hier! Der Mann ist der Mann! Der Mann ist zwei Jahre lang! Der Mann ist der Mann! Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Okay. Ich bin ein wenigstens Pett. Ich helfe dir. Ich bin ein wenigstens. Ich würde mich nicht mehr auf den Weg bringen. Ich würde es gerne mit dem San Diego gehen. Das ist es so genau wie ein Wettbewerb. Aber ich würde es nicht so schwer, ob ich R-Kunne hätte. weg so gut dann werden wir jetzt den parten bis ins